Hallo und herzlich Willkommen zu Subnautica, einer weiteren Folge unter dem Meer. Ach ist das schön. So, was wollte ich gesagt haben? Ähm, ja, für mich eine neue Aufnahmesession. Juhu, juhu. Ähm, ich weiß gar nichts mehr. Ich hab alles vergessen. Ich, äh, sehe nur, dass wir Hunger und Durst haben. Ähm, gucken wir doch mal. Haben wir denn hier was? Ja, juhu. Oh, komm, wir holen uns mal so'n, 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 so'n schönen Schwammriegel einfach mal zwischen die Kiemen. So, trinken wir ein Schlückchen und dann würde ich sagen, packen wir mal eben den einen Helm weg. Und ja, ich hatte beim letzten Mal, ich weiß, ach, wir haben gar keinen Platz mehr. Oh, warte mal, können wir denn noch, äh, ja, können wir noch einen Spind bauen, ne? Pass auf, ich baue nochmal einen Spind mit der 4 war das, glaube ich, ja. Und dann hätte ich gerne nochmal einen Schwandspind. So, kann ich den hier? Nein. Hier. Da hätte ich den gerne hin. Hallo? Ja. So, den würde ich gerne umbenennen in... Ja, egal. Technik. Technik bei Technik. So, da haben wir nochmal Technik. Ähm, was wollte ich denn jetzt gesagt haben? Ich hab alles vergessen. Alter, diese Geräusche. Das ist unglaublich. Ähm, was wollten wir denn getan haben? Ich weiß... Ach ja, stimmt, wir wollten erstens tiefer tauchen mal auch demnächst. Und wir wollten mal gucken... Ähm... Ja, dieses Lithium. Wofür brauchen wir das denn nochmal? Jetzt fällt mir das ein. Wir brauchen irgendwie Lithium für irgendwas. Was war denn das nochmal? Oh, Seemotte. Geil. Blei, Schmierstoff, Energiezelle und Glas. Das können wir sogar herstellen, ne? Hm... Aber wir brauchen auch Nahrung. Gravitationsfalle. Verwendet künstliche Schwerkraft und leichte Objekte, um kleine Tiere... Anzuziehen. Die Seemotte wäre schon sexy, oder? So zum Rumcruisen. Schmierstoff können wir, glaube ich. Haben wir nicht sogar Schmierstoff? Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Organisch. Hier, Schmierstoff haben wir zweimal. Komm, wechseln wir mal den Behälter. Ja. So, was brauchen wir davon noch? Ich gucke mal. Einmal Blei. Haben wir Blei? Haben wir. So. Dann brauchen wir... Zweimal Glas, eine Energiezelle und zweimal Titanwaren. Titanwaren bin ich der Meinung. Hatten wir, glaube ich, auch, ne? Einmal. Wenn nicht, können wir, glaube ich, welche herstellen, ne? Äh, nein. Aber wir... Oh, Entschuldigung. Aber können wir, glaube ich... Ich weiß gar nicht mehr. Ach, guck mal, Glas haben wir auch. Ähm. Titanwaren. War das mit zehn Stück? Ich bin mir nicht sicher. Ähm. Haben wir hier noch irgendwo... Haben wir irgendwo noch Titanwaren rumfliegen? Hier ist Spinn. Hier habe ich gar nichts... Ach, hier ist noch ein Lehrer Spinn. Das ist natürlich ganz toll. Nochmal Gestein. Äh. Nein. Nein. Wir haben so viele Sachen. Nein. Okay, pass auf. Ich gucke mal, ob ich hier Dings herstellen kann. Genau. Titanwaren. Komm, machen wir mal. Pling. So, dann lass mal gucken, was wir jetzt alles noch brauchen. So viel ist es, glaube ich, nicht mehr, ne? Genau. Eine Energiezelle und einmal Glas. Hatten wir Energiezelle nicht schon gefunden bei Technik? Energiezelle. Juhu. Ich glaube, die brauchen wir sogar, glaube ich, zum Auftanken. Kann das sein? Ich nehme mal noch eine mit. Äh. Und Glas noch einmal, ne? Oder? Genau. Wir brauchen zweimal Glas. Glas wurde mit was hergestellt? Das konnten wir selber herstellen, ne? Äh. La, 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 la. Wo haben wir Glas? Glas, Glas, Glas. Da, Glas. Aus Quarz. Ich und mein Quarz. Ich und mein Quarz. Da ist Quarz. Wollen wir zweimal, ne? Äh. Zweimal Quarz. Warte mal, das mal gucken. Da ist nochmal Quarz. Das sieht gut aus. Wir können gleich eine Seemotte herstellen. Da bin ich ja schon mal froh drüber. Ja gut, was heißt, was heißt, was heißt froh drüber? Äh. Ich weiß nicht, ob wir eine mobile Fahrzeugstation dafür noch brauchen. Ich hab keine Ahnung. Alter, diese Geräusche. So, kann ich die jetzt einfach hier so bauen? Äh. Mit der 4? Äh. Wie funktioniert denn das? U-Reaktor? Sch- Wat? Schott? Okay. Ich glaub, wir brauchen eine Fahrzeugstation. Kann das sein? Äh. Wo haben wir sie denn? Scannerraum, Sartorium. Mhm. Ich glaub, wir können die mobile Fahrzeugstation noch gar nicht bauen, oder? Ich bin so schlau. Ich bin, ich bin... Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Ich bin sowas von schlau. Doch, können wir herstellen. Aber wie? Hä? Aber wie baue ich die? Geräte? Ach, muss ich die hier herstellen? Hier. Wow. Cool. So, was mach ich damit jetzt? Schnellzugriff belegen. Äh, mach ich mal auf 5. Jetzt können wir wahrscheinlich Dings nicht mehr herstellen, ne? Weil uns ein paar Ressourcen fehlen. Fahrzeugstation aussetzen. Mach ich mal. Heißt jetzt... Äh, klettern. Benutzen. Fahrzeuge. Doch, können wir herstellen. Juhu. Was? Das Schwimmen ist gut für deine Gesäßmuskeln. Oh, wie cool. Alter Schwede. Okay, ich steig mal ein. Ich weiß gar nicht, wo man da einsteigt. Hallo. So, was brauchen wir denn dafür? Wahrscheinlich eine Energiezelle würde ich für wetten, ne? Haben wir nicht. Äh, pass auf. Ich verlasse nochmal. Ich würde mal vorsichtshalber eine mitnehmen. Das ist ja richtig cool. So, jetzt haben wir eine Seemotte gebaut. Mega. Ähm. So, ich nehme mal mit. Dann würde ich ein bisschen auf Reisen gehen. Aber wir müssen auch was zu essen erstmal irgendwie organisieren. Beziehungsweise... Oh, hier. Komm mal. Blasenfisch. Hallo. Komm her. Komm her, mein Freund. Ich habe Durst und Hunger. Bevor wir jetzt auf Reisen gehen, fülle ich nochmal eben Nahrung und so auf. Und trinken. Bei Wasserflaschen können wir ja ohne Ende mitnehmen, ne? Oh, Klubschis. Klubschis. Komm her, Klubschi. War nur noch irgendwo einer, ne? Ne, du nicht. Da, Klubschi. Wir haben schon wieder so ein Signal, was wir abhören können. Ich weiß. Ich weiß. Ich frage mich, wie das mit Sauerstoff ist in der, in der Seemotte. Habe ich noch gar nicht geguckt. Bin ich mal gespannt. So. Dürfte ja, glaube ich, reichen, ne, oder? Dann lass uns mal ein bisschen... Lass uns mal ein wenig, äh... Nahrung und Trinken bauen. So, erstmal ein bisschen Wasser herstellen. Dann trinke ich auch nochmal eben was. Zieht Fluings. Nahrung mitnehmen ist immer gut. So, Nahrung. Würde ich vielleicht zwei herstellen, weil die werden ja schlecht, ne? Haben wir ja festgestellt. Ich habe heimlich was getrunken, Entschuldigung. Ähm. Deswegen würde ich mir den Fisch jetzt mal eben gönnen. So. Trinken auch. So. 100. Dann haben wir immer noch die Glubscher da. Die wir noch machen könnten. Kann ich die auch einfach hier bei Essen reinschmeißen? Äh... Batterie. Wichtig mitzunehmen oder nicht, ist jetzt die Frage. Was brauchen wir denn aktuell nicht? Apparaturwerkzeug? Hm, ja. Lass ich mal. Den Segleiter würde ich mal... Nein. Bei Technik reinpacken. Hier. Wenn da noch Platz ist. So. Sehr schön. Wir haben noch Batterien drin. Eine Batterie mit 100. Und eine Energiezelle mit 100. Sehr schön. Dann halt. Wir haben genug Platz. Und... Dann würde ich sagen... Lass uns mal losdüsen. Wohin? Wohin? Weiß ich nicht. Wir schauen einfach mal. Aber Sauerstoff ist hier anscheinend unendlich, ne? Alter Schwede. 26 Grad. Und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. So, damit kommen wir auch tiefer. Das ist ja geil. Alter Schwede. Alter Schwede. Oh. Oh. Bumm bum. Ich will gar nicht so in so Höhlen. Ich will erstmal so außen rum gucken. In die Tiefen. Das ist ja cool. Was ist das denn da? Hier ist auf jeden Fall jede Menge Gestein am liegen. Ich weiß nicht, was es ist. Ach, bis 200 Meter geht die Seemotte. Das sieht man oben am Bildschirmrand. Das sehe ich jetzt erstmal. Und wir sind jetzt bei knapp 160. Also 170. Das ist natürlich echt viel. Also wir dürfen es auch nicht übertreiben. Mal gucken, ob wir irgendwo was vielleicht finden oder so. Was wir gebrauchen können. Ah, ich will das mit 200 nicht so... Oh, da... Oh, ist die meine Äuglein denn da? Was ist das denn da? Okay, ich will mal verlassen. Habe ich einen Scanner dabei? Da war was zum Scannen. Ach, Scannenraum. Haben wir doch schon. Scannenraum. Alter. Oha. Was zur Hölle? Hier sind so viele Sachen. Aber ich will nicht zu weit wegschwimmen. Das ist das Problem. Weil der Sauerstoff hier verdammt schnell runter geht. Oha. Oha. Ja, ja. Ich bin schon unterwegs. Äh, das wird knapp. Ja, 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 ja. Puh. Okay, das ist ganz schön gefährlich hier. Wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich will trotzdem weiter hier so ein bisschen untersuchen. Was ist das denn hier? Das ist auch irgendwie ein Gestein, ne? Rubin einsammeln. Ist ja krass. Achso, ich sollte es vielleicht erst mal scannen, ne? Bevor ich, äh... Irgendwas hier einsammle. Was ist das? Metallschrott? Metallschrott. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Das ist Salz, ne? Okay. Gut. Ja. Okay, gucken wir mal weiter. Ist schon cool, das Spiel, muss ich sagen. Macht schon mega Laune. Buh, 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 buh So, dann zoomen wir mal weiter. 93 Reparatur und 93 Energie oder so. Ich weiß nicht, was Reparatur bedeutet jetzt. Also Reparatur, klar. Kaputt halt, aber Energie, ja gut, Batterie. Aber wie reparieren wir das denn? Ich habe doch nichts berührt. Hier ist auch schon wieder so eine Kiste. Da ist so ein Reparaturwerkzeug, was wir glaube ich schon... So... Okay... Okay... So... Gut, ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle tatsächlich jetzt schon mal Feierabend. Ich würde mal an die Oberfläche schwimmen. Und dann wollen wir mal gucken, am nächsten Mal, dass wir nochmal ein bisschen weiter rumtouren mit der Seemotte. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also macht's gut, bis dann, ciao. Ja, poli, Control. Ja.